Das heißt, ich gehe jetzt mal ein bisschen rum und schaue einmal, ob ich gerne Christen finde. Vom Prinzip her, oder? Ah. Weil, ich muss mir jetzt gerade Gedanken machen wie mein Mandel. Ich veröre mich zu 100% und finde nie wieder zurück, zum Glück steht der Name, oder? Okay. Grine Christen. Die Grine Christen, wie schaut die aus? Ich glaube Grine, oder? Und wie eine Christe, glaube ich. Kann es wirklich nicht sein? Was ist das? Nichts. Ja, so einsame Nachtspaziergänge sind einfach so verschieden, gell? Vor allem, wenn die Sterne so hell scheinen, gell? Jetzt bin ich ins Wasser gegangen auszusehen. Jetzt habe ich mir das Häselnass gemacht, ein bisschen, gell? Ich habe halt da jetzt langsam nichts mehr zum Essen, gell? Hm. Was, was ich mitgenommen habe, einen Treibstoff, intelligenterweise. Das ist gut. Dann geht doch der wenigstens. Ja. Dann kriege ich mich immer zurück, gell? Dann brauche ich Angst haben. Das Druck hat der Reine an die Hand, und die bringt mich zurück. Ja, ich gehe halt abseits von der Straße, weiß ich, ob das gut ist, gell? Ich gehe jetzt mal zu dem grennen Ei um mich. Schau mir das Ei einmal genauer an. Habe ich eigentlich noch irgendwas zum Trinken? Essen gar nichts. Nix, kann man das essen? Ähm, ich glaube, ich werde Erde mitnehmen. Ja. Mhm. Und... Tomaten anpflanzen, ha? Ja. Was haltest du davon? Ich habe schon wieder einen Freund gefunden. Ich mag das jetzt nicht. Ich kriege jetzt bei dem grennen Ei da, gell? Mhm. Hm, was ist denn das als da Interessantes? Okay. Da kannst du irgendwie Gemüse rauslassen, oder so. Ist das eine Fabrik, oder was ist das? Das ist mir ein kurzer Knopf, kann man da auch drücken. Scheinbar nicht. Ich finde irgendwie konkurriene Kisten. Ja, oder irgendwie halt die Component-Kacke da. Hm. Gäge bitte nicht, he. Wo ist denn jetzt das? Backing Station. Da kannst du mit dem Auto herfahren und volle Gas auch tanken mit dem Zeug. Keine Ahnung, was das ist. Ich will jetzt da gehen in die Kisten. Ich meine, das hat jetzt das nicht da. Käse da. So ein Ramsch. Ja, ganz gut. Ganz cool da oben bist du. Ja, ja. Backing Station. Ich will jetzt keine Backing Station. Da rindt eh das Saft aus. Ja. Ja. So ist Lassi. Home of Lassi. Saalbach hintergehen. Ich will jetzt dann wieder rumgehen, gell? Mhm. Weil die sind schon verrückt. Mit dem Tank dabei ist das glaube ich nicht die beste Idee, gell? Da könnte man jetzt noch abbiegen. Ja. Aber das tue ich jetzt nicht alone. Ah, da ist er. Ich war jetzt fast in die falsche Richtung gegangen. Du bist hier der Hurm, oder? Oder wo bist du unterwegs? Ja. Mhm. Du chillst so ein bisschen. Fernzuschauen, ein bisschen gemütlich, oder? Ja. U-Bone schauen ein bisschen. Genau. Und die, die das jetzt nicht wissen, U-Bone ist so eine Single-Börse, gell? So eine alte. So eine Single-Börse, ja. Da habe ich auch schon recht viele Freunden kennengelernt. Ich glaube mittlerweile von meinen, äh, 30 Freunden, die ich gehabt habe, habe ich von denen, glaube ich, 29 da kennengelernt, gell? Auf U-Bone. Mhm. Ähm, von den 29 Freunden, die ich kennengelernt habe, waren, glaube ich, 28, ähm, im Endeffekt dann einfach Männer, gell? Die, die einfach ein Frauenprofil gemacht haben, gell? Machen wir dann aber wurscht? Mhm. Stich ist Stich, für meine Verhältnisse, gell? Das hat's schön gesetzt, ja. So, ich bin jetzt wieder... bald da, gell? Mhm. Dehydrated, gell? Jetzt fangt's an. Jetzt gibt's noch ein bisschen Entwurst, gell? Mhm. Ein bisschen Entwurst halt, gell? Ganz normal. Mein Mann hat vollen Hunger. Ja. Ja. Darum züchte ich grad... oder besuch ich die ganze Zeit schon, in der Mat. Ja. Weil die... grad jetzt am sinnvollsten sein. Ich meine, er ist grad recht begeistert und schreit recht begeistert um mich, weiß nicht, ob's herrscht, gell? Äh... Ist schon ein begeisterter Mensch. Er tut gerne singen, schreien, alles, gell? Super Typ. Mhm. Mein Mann wird's wahrscheinlich auch nicht schaffen, ne? Ja. Ja, ja. Schreilei. Ich kann jetzt auch nix dagegen machen. Guck mal, du mal einen Zaun machen. Da liegen die Orfen gestappelt, hat so... Staplerfahrerin eh schon gut aufgepasst, gell? Genau, krampft, gell? Ähm... Kann man den Honig essen? Ja. Gut. Das heißt, ich will jetzt da geil eingehen. Und melde mich im Prinzip ab, gell, hiermit, gell? Mhm. Ich spiel ein bisschen mit der Kuh, derweil noch. Mhm. Naja, das hab ich nicht mehr geschafft, bis zur Kuh, gell? Ich lieg jetzt da, gell? Hat sich die Ellenbogen angeschlagen, gell? Und... Da drück ich die Hosen. Perfekt. Geil. Oh, how to play. Der zittert ein bissel beim Schlafen, ja. Der hat, äh... Probleme, glaub ich. Nerven mit den... Nerven hat der, glaub ich, was. Der packt psychisch nimmer das Spiel. So. Dann holen wir jetzt den zur Zeit zurück. Na, weil ich den... lassen wir mal umladen da. Zuerst, was ich jetzt tue, ist den Tank abladen da, weil ich möchte ihn nicht nochmal mitnehmen. Das stellen wir jetzt da her. Zur Batterie. So. Und den Sitz kann man auch noch herstellen. Braucht jetzt auch keiner. So. Was ist das eigentlich? So. Okay. Ich brauche halt immer noch was zu trinken, gell. Die Kühe... Genau, da kann man ja melken anscheinend, oder? Ja, ja. Mit der... Mit dem Kübel, meinst du? Ich schätze mal. Ich probiere auch. Wie bei Minecraft vielleicht. Muss man das irgendwie bei ihren Zipfel machen? Oder... Kommt da was Weißes aus, oder so? Lutschen, bis das Weiße kommt, oder wie läuft das jetzt? Probierst du das? Probierst du das? Da, vielleicht? Hinten, dass was braunes rauskommt? Schokomilch oder so? Ah, nicht? Okay. Dann weiß ich auch nicht Bescheid, gell. Ah, Junge. Ich glaube, da drüben liegt ja keine Kiste, ne? Jetzt vielleicht. Wo? Ah, ich hole sie gerade. Passt. Schau mal, was der René da nicht gemacht hat. Wow! Geil. Geil, Alter. Es ist ein Dings dabei. Geil. Du Glückspils. Ein Komponent Dings. Hast du das andere in den Kasten eine getan? Ja. Holz in den Kasten, ja. Holz. Ja. Ich habe jetzt da unten der Weiß schon ein bisschen was angebaut, dass wir das haben. Ja. Einige Schüsse ist auch schon süßig, weil da keine Dings haben geht. Ja. Mhm. Ähm. Da meine ich noch gleich die letzte Tomate da anpflanzen. Mhm. Oha. Uh, jetzt bin ich nass. Ah, wie scheiße. Oha. Jetzt geh ich auch rein. Und baue den Construction. Da schaue ich doch jetzt zu. Das darf mich jetzt interessieren. Ich bin noch ein paar Sachen hergelegt, gell? Mhm. Schaut sich auch sehr, was ich war. Wie bei mir doch mal. So, dann baue du mal da jetzt. Was? Ist das Touchscreen? Geil. Es kommt gerade. Wo? Der kommt oben raus. Geil. Geil. Ein Klo. Ich will das Klo. Ist mein erster Wunsch. Weld Tool, Paint Tool, Connection, Blocks. Geil. Parts. Geil, die Raffen, alter. Big Wheel. Geil. Brauchen wir Honig. Geil, ein Mannequin Boot. Den wollt ihr immer schon mal haben. Ein Finger. Er kann das schon mal. Alter. Eine Waagruumpumpe. Eine Waagruumpipe. Ein Gascontainer. Schau ein Large Chest, Junge. Schau ein Chest. A Drill. Cool. Water Cannon, geil. Der kannst voll oben umspritzen. Wie in echt. Geil. Auch da. Schau ein Fridge. Geil, Junge. Das ist cool. Schau. Ehm. Paint Tool, geil. Weld Tool, ok. Muscheln. Fast wie Minecraft. Aha, ok, ok. Und ein Thruster. Einen Sattel, ok. Einen Drivers Sattel, ok. Einen Seed, gell. Alt da. Einen Radio. Kannst Ö3 hoch und dann, gell. Ok. Jetzt spritzt er einmal rum. Jetzt fangen wir voll an wichsen. Voll. Voll ins Loch rein. Die ganze Zeit, gell. Volle Fingern. Und jetzt? Ist schon fertig. Jetzt fangen wir wieder an, gell. Heute reicht noch nicht genug, gell. Fangen wir wieder voll an fisten, gell. Fisten ist sein Hobby, gell. Volle Fisten, schau voll ins Loch, ok. Geil. Muss immer ein bissel rasten zwischendurch, weil es geht in die Augen, gell, das Fisten. Verstehst du, da bist ein Berg auf der Auer. Geil, ne? Geil, ne? Du kannst Wasser in Flaschen liegen an meinem... Wie? Wo? Was? Wie läuft das? Wasser in Flaschen? Wie? Wo? Was? Wie läuft das? Hm... Wo? 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 Die Reine wenden nicht in Flaschen. Da gibt's Electronic near the top. Oh, da gibt's mehrere Levels gell. Level Vier, zweimal Level Drei Level Zuladen? Na, Controbo. Naja. Bist du jetzt da? Ich bin tauchen gegangen, das ist recht cool da unten. Wenn wir es jetzt abnehmen. Geil. Underwater World. Da gibt's Öl. Siehst du überall wo es aufgeht? Ja. Ah, da kann man wahrscheinlich Tank herstellen oder selber? Kann man mit dem auch was machen da? Da unten ist auch schon Öl. Geil, jetzt kannst du einfach so abbauen. Was ist das? Schnell laufen. Acht Minuten dauern. Ich brauche echt was hin, weil die überweg sind schon wieder gleich. Geil. Ich will jetzt auch nicht schon wieder da sterben. Ist ja peinlich. Aber ich habe jetzt Öl und irgendwie Muscheln oder so gefunden, gell? Ah, geil. Muscheln sind auch gut. Ja. Ja, aus dem ich Klebstoff herstellen. Okay. Und kannst du den jetzt irgendwie in den Luft bewegen oder? Kann man da Rohr wieder anstecken oder irgendwas? Was? Weil der so Rohranschlüsse hat. Wer? Der Maschin da, der Crafter. Achso, ich kann sein, ja. Ich kann schon automatisieren dann. Geil. Junge, ich könnte noch Muscheln machen. Ich habe eine. Eine habe ich, ja. Oh, okay. Komm her da. Ich gebe dir so die Muschi. Ah, ich habe jetzt auch eine gefunden. Ja, ja, ja. Hungry sagt er mir jetzt. Jetzt will er einen Hamburger haben auf einmal. Oder er will nach Ungarn. Ich glaube ja, dass er nach Ungarn will, ja. Ich will da nicht hin. Das heißt, da muss er ohne mich hin, gell? Ungarn ist jetzt nicht meins. Wollte ich uns halt auch sagen. Ja. Ähm. Er kann gerne hin. Er fisst jetzt schon wieder? Ja. Die Fister-Maschin nenne ich sie jetzt, gell? Der Fister. Ja. Dr. Fister. Dr. Fister. Ja, fangt wieder an, schon. Volle. Mhm. Nur Gleitmittel hat er bekommen. Es spritzt ein bisschen lausig, gell? Oder zu viele Gleitmittel, ich weiß es nicht. Jetzt kommt voll aus. Jetzt ist es entzundenes Arschloch, gell? Jetzt ist. Geil. Geil, hä? Jetzt ist es entzunden, gell? Alter, Water Cannon. Zartblade. Drill. Ähm. Small Explosive Canister. Ach, irgendwas zum Essen, das gibt's ja nicht. Geil, Alter. Erfederung fürs Auto kann schon herstellen. Ich hab's gesehen, ja. Bringt das was? Ich denke, oder? Ich stecke es jetzt einfach mal da her. Okay. Geil. Ah, ja. Ist das bei dir eigentlich? Was ist das nicht? Okay. 20 vor 10, gell? Okay. Schön. Meine Mama kommt in die Kleine und sagt, ich muss leise sein. Geil, Junge, ich habe einen Chest hergestellt. Geil. Da haben wir viel Platz. Da haben wir viel Platz. Da passt viel eine, ja. Ja. Das heißt, was tun wir da jetzt als eine? Also alles, was ich überhaupt nicht brauche, kommt da eine. Was brauchst du nicht? Wir könnten noch mehr herstellen. Da hat jetzt einmal noch die Sachen da alle eine. Dann da die, die Magda vielleicht eine. Ja, ich habe das Auto wieder gebaut, gell? Ja. Und geil, war, kriegst du mit besseren Roaffen. Wo ist's Auto? Das ist schon weg. Oder du hast querfelig das Auto gebaut? Na, ich hatte jetzt nicht ein Auto. Achso, du hattest gebaut, okay. Jetzt brächt man Honig. Honig haben wir. Und ein bisschen mehr. Und Metall. Hast du noch Metall? Nein, Metall habe ich. Wie schaut das aus? Achso, die Blöcke. Wo habe ich die? Habe ich da gar keine? Ein bisschen was haben wir gebraucht, Finn. Wer nach vorne geht's an? Drei Minuten und da gab's was zum nächsten. Ja. Da hat er richtig wurscht. Was sagst du? Die Automaten waren fertig. Ja. Ähm. Ja. Interessiert mich nicht? Interessiert mich, gell? Wann doch verrück ich jetzt nicht. Ja. Jetzt schaffe ich's nicht. Ist denn scheiß jetzt. Ich hätte jetzt beide gesehen, oder? David gönnt sich jetzt einmal, ja. Das heißt, der René muss jetzt wieder warten. Scheiße. Jetzt tut er mir fast leid, hey. Der Bub. Ohne Oberteil. Nein. Es geht sicher schon aus. Ohne Oberteil, jetzt tue ich irgendwie Mitleid. Wir brauchen, äh, Metall. Sollen wir die, die Roboter hinmachen, oder? Ah. Also irgendwo bis, bis es, bis die Tomaten auch soweit sein. Ja. Schau dir, schau dir hin an, bitte. Was erinnert dich, ja? Zelda. Genau. Ich schau dir mal da eingehen, die Lampe, dass wir richtig ein geiles Licht haben, oder nicht? Wie ein Puff, gell? Hast du so ein Metall? Nein. Ich bin noch ein bisschen planlos. Ich renne alleine mit dem Planlos, gell? Ja. Ähm. Da hab ich noch... Gibt es nur noch für Sachen? Geil. Professionell gemacht. Okay. So, da haben wir Fleisch. Haben wir einen Kuckra? Noch nicht, gell? Nein. Ist der Teier? Ja. Was ist denn das, hey? Hä, da haben wir zu wenig. Da müssen wir noch ein bisschen mehr schauen gehen. Ich bin gerade irgendwie planlos. Willst du das nicht? Nein. Oder sollen wir es einmal... Sollen wir mal eine Pause machen? Ähm. Ich weiß nicht, ob ich nachher wieder zurückkommen... Wer du willst? Ähm. Weil ich müsste ein bisschen recherchieren. Ja. Weil ich gerade planlos bin, gell? Ja, ich würde noch zuerst die 30 Sekunden abboten. Ja. Das passt gut, ja. Das heißt, 30 Sekunden, ich sehe jetzt nochmal die Tomaten, oder? Bade? Ja. Alle, gell? Ja. Ähm. Wir brauchen... Ähm. Metall. Und dann können wir jetzt Waffen besser herstellen, dann können wir besser das Auto machen. Mhm. Ja. Und Honig. So, jetzt müsste es eigentlich fertig sein, oder? Jetzt kommen die Leute, glaube ich. Okay. Ist auch schön. Ist... Ist nett, ja. Das heißt, das ist nicht der Timer, bis es fertig ist, sondern bis... Gegner spawnen, oder was? Bis er Wende kommt. Ja, ja. Jetzt hat er echt Unsinn gemacht, ich glaube ich bin. Echt jetzt? Ja. Mach super. Was ist denn das für ein Scheiss? Kann man das irgendwie einzäunen, oder irgendwie besser machen? Wie ist das jetzt nochmal? Ja, vielleicht bringt das was. Was? Ja, was? Es fault, ja. Bisschen auf den René spritzen, gell. So, wie der weiß, wie es ist. Gell. Ins Gesicht, gell. Da macht man es am liebsten. Geil. Geil. Jetzt ist er echt hungrig schon. Oder verliert noch kein Leben. Ich weiß schon wieder Hunger jetzt langsam. Ja, ja. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, oder? Ja, normalerweise war es nicht so lange, oder? Ja, normalerweise war es nicht so lange, oder? Was? Was? Schaden zu nehmen. Geh mal zurück. Der hat mich jetzt. Ich habe jetzt echt Start der Typ. Die Tomaten sein. Geil, wir viele? Wir wissen 3-9. Ich sammle noch ein bisschen Eisen. Geil, so gut. Der hat so einen Oberarm herrn gewaltigen, der hat's richtig viel gescharpelt, gell. So, wie viel brauchen wir denn da von denen? Ich will jetzt 10 nochmal. So 10 kriegst du pro Arm, das heißt, wie viel brauchen wir? Ähm, weiß ich nicht. Da brauchen wir fast mehr an, gell. Haben wir noch oben ein paar Säcke Erde. Kannst du mir das geben? Nein, oben oben nix mehr. Was geben? Metall. Ja. Okay, liegt da. Ah, okay. Nur 10. Ja, genau. Haben wir da oben noch Erd? Ähm, nein, noch mal nicht. Nix mehr hat der René halt schon genommen, gell. Okay, sollen wir wieder einpflanzen? Hast du dich schon einpflanzt? Ah, nicht schön, ja. Okay, passt. Dann würde ich sagen, machen wir Pause. Okay. Ich würde sagen, verabschieden wir uns hier mit von unseren geilen Zuschauern, gell. Schauen wir uns nochmal den René von oben bis unten an. Geiler Busch, gell. Vor allem das Gesicht. Schaut aus, als wäre ein bisschen Inzucht, aber okay. Inzucht ist ja nicht so schlecht, wenn man immer mond. Tschüss. Tatsächlich nicht, ja. Passend, würde ich sagen. Habe die Ehre, meine lieben Leute, gell. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge, gell. Wenn es wieder heißt, einschalten mit René und David, gell. Ich hoffe wieder, René ohne Oberkörper. Also, ohne Oberkörper. David redet jetzt nicht mehr, gell. Ohne Leibele, gell. Und ich hoffe, nächstes Mal auch ohne Hose. Wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.